ja der leute nahezu kommen in seiner weiteren aufnahme raken legt zusammen gary wir spielen das ist mal ein doppel weint natürlich immer das erwarten was sonst von uns blau aber ich nicht aber jetzt hat er mit dem Ball weggesnackt und der hat ihn auch wieder weggesnackt nein jetzt geht es süß jetzt ist es es hört nie auf damit ich nicht auf der reingehe und wollen klären und hau ihn einfach ins Eck und da muss jetzt direkt ein Anschluss hin und und der geht rein oder daneben das war ein skillshot das ich den Typen ausgespielt habe war nice da fliegt irgendjemand an die Latte das war joh du 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 Ich war Ja, saugut Zumindest ist der Fluch auf meine Gegner ein paar Hände Nachdem ich hier wieder hart gefehlt habe Oh, der kommt zu steil Den habe ich auch nicht richtig kontrolliert bekommen Da war der Gegner ein bisschen besser dran als ich Schade, ich habe ihn nicht um die Kurve gekommen Oh, come on Sehr schön Ich habe zwar jetzt gar nicht mehr verstanden, was da vorne passiert ist Ja, guckst du an Okay, nice Du hast getroffen Du hast getroffen Du hast getroffen Das reicht mir schon, dass du den triffst Ist ja auch nicht immer normal, ne? Ne Oh, der kommt schön Aber wird abgefälscht Aber ich kann ihn wieder kontrollieren Oh, warte Und er kriegt den Karibier wieder auf dem Alter Ich bin um Arsch der Welt Der war ja auch nach dem Ding eigentlich schon Der Held reingemusst Mit der Glanzparade das war der Hedrick aber ich habe den Gegner noch mal ein bisschen weiter geschubst oh du warst hinter mir oh no die sind vor, oder auch nicht hau ab sorry er ist schön runter gekommen oh no, oh yes er war abgefälscht, es hättest ihn gleich erwischt er hat mich zwischen Bann und Tor geworfen ne, wie kommt der keine Ahnung aber geht nicht über ein ne, ne jetzt kommt der oh, 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 oh er haut ihn in die Latte war ich nicht aber gutes Spiel zum Start, würde ich sagen jo oh hau mal direkt noch die zweite Runde droh nochmal ein Doppel nachher gegen die haben wir nicht halt gespielt, ne? ne, 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 ne gegen Scragger home tour nee ne, 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 ich habe nämlich äh letztes Mal fünf Spiele hintereinander gegen den selben Typen mit dem ich mich irgendwann richtig gut unterhalten soll ja auch abwechselnd immer beide richtig hoch im one-on-one gewonnen ach nix ich hab den bayern beim ersten kontakt schon gut gekleert da kommt der skiller wieder der spiel doch gleich allein dann nimmt dann links dann spielt ein gegner aus und dann haut er rein ja ja so muss das wir waren beide dran er ist nur die ab die jahre ich dachte ich bin jetzt einfach mal auch wenn ich mich sicher weiß ob ich nicht bin komm jetzt doch anders als erwartet aber ja ich habe nicht in die mitte spielen wollte ich wollte schießen aber irgendwie ging schießen aus dem winkel nicht so geil weil wir noch fast nicht abgeschossen hast es ja richtig wies gewesen aber die gegner machen dasselbe wie wir einer bleibt bei denen auch hinten und holt Nitro das ist doof weil dann habe ich meinen vorteil mit Nitro nicht mehr ich hab Floyd nervös aber er stirbt oh ne wow zum glück hab ich den nach oben gefälscht oh ne oh ne Ja, bei mir lagts auch, das wird der Server wahrscheinlich sein. Ich bin nämlich gerade richtig seitlich weg gedriftet. Ja stimmt, mein Ping passt. Ich hab da noch einen Ping geguckt, 33, kann man sich jetzt nicht beschweren. Bei den anderen ist der Ping auch, yo. Oh ja, Server lag. Grad wieder. Machst du oder ich? Das musst du aber nehmen. Also hast du aber getroffen. Ja, aber mit Leck sollte man nicht fliegen. Aber getroffen hast, ja. Ja, sauber. Sieg durch Aufgabe. Wie wie? Gigi Mad. Gigi, Gigi. Machen wir noch eine, zwei Geschenke hier. Ja, kümmer. Machen wir noch eine, zwei Geschenke hier. Lass sie in die Folge hier rein und dann denke ich mal, war's das für heute dann auch wieder. Wieder ein Doppel. Mit den Doppel haben wir so irgendwie. Mhm. So, komm schon, komm schon. Error. Nicht alle Spieler sind verbunden. Mhm. Wieder ein Doppel. Ich glaub die haben gerade auf mehr Servern wieder Probleme. Mhm. Mhm. So wie das aussieht. Ah, weil's läuft. Ich bin gegen Mu. Okay. Mach du. Sauber. Ich. Aber du. Ich bin gegen Mu ist ne Spinne. Die haben den festen Torwart, soviel steht schon mal fest. Oh, der verkackt ist, wie lange er kommt. Yo, ich glaube, der kann was. War zu hoch für den Fallrückzieher, sonst hätte ich ihn geholt. Mhm. Der Mu regt mich richtig auf. Ja, nicht der Mu, der andere. Oh, unser Schuss. Sorry, wusste ich, dass du auch schießen willst. Oh, ne. Ah, ich hab ihn. Aber ich flieg weg. How knows. Ja, ich bleib erstmal Richtung Tor. Ich bleib da jetzt ohne Scheiß die ganze Zeit hinten. Ja, ja, der steht die ganze Zeit. Der steht seit Anfang des Spiels hinten drin. Bitte? Oh, ne. Oh, ne. Sehr gut. Nachdem er den gefällt hat, musste ich den machen. Ach du. Gut. Ah, der kommt richtig behindert. Ist die ganze Zeit. Ah, ah, fuck. Warte rechts. Ah, fuck. Mö. Ah, fuck. Aaaaah. Nice. Der hat sich auf Conta spezialisiert, der Junge. an meinem rückwärtsgang hier pariert der geht nicht, der geht nicht, der geht nicht oh, so gut der auch nicht ich hab den Torwart weggemacht, schade der steht auch ne Taktik, ich versuche einfach den Torwart wegzupolzen und du an dem Fall gehst da pustest alle ja, kommt wieder zack, wegkümmer ja, sauber das war Messi-Style hier abgeräumt hey, die rollen mich einfach ab das ist, glaube ich, besser die wegchecken hat irgendwie mehr Erfolg, als versuchen sie auszuspielen oh, yes btf into zarkorna du hast es heute nicht so mit Toren, ne? ne ich hab kein Nidro, das ist richtig geil er, komm, jetzt aber ne ok, dann mach ich halt oh, ne mach du ne voll verarscht und ne Glanzparade rausgehaut und nochmal pariert äh, wer lang konnte ich auch nicht haben ich glaub, äh, das nennt man Skill haha hey, Kinder, mein Gott geht um die Zeit, das zu spielen sorry, Mann, aber es muss jetzt einfach sein, ich glaub, Kinder sind wir nicht mehr also, Leute, ich würd' sagen, es war jetzt der dritte Sieg in Folge äh cheat, cheat an der Stelle noch und ich würd' sagen, wir sehen uns das nächste Mal in einer weiteren Folge und bis dahin, servus und ciao 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 ciao